Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Achievement Guide. Wir wollen uns heute um ein Achievement kümmern, das neu im Pre-Patch dazugekommen ist. Und zwar ist das hier einmal zu finden unter Erkunden und dann unter Draenor. Und da unten haben wir ein Achievement, das schimpft sich ob groß ob klein. Meine Tier-Lebe soll ewig sein. Und für dieses müssen wir ein paar Pets in Draenor-Liebe, also Slash-Liebe, eingeben und dementsprechend ein Pad ins Target nehmen. Man kann das natürlich auch mit einem Makro machen. Ich habe mir hier schon eins gemacht, also einfach Slash-Liebe und dann ein Pad, was man für das Achievement braucht, das Target nehmen und das Makro drücken. So eine Art von Achievement gab es schon in den vergangenen Expansions. Und sie gibt es auch nicht nur für Draenor, sondern auch in Legion und in Battle for Azeroth ist ein Achievement dazugekommen. Das werde ich euch dann aber in einem nächsten anderen Video zeigen, diese beiden Geschichten. Und im Endeffekt können wir drei Pad-Liebe-Achievements jetzt im Pre-Patch erledigen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier mal die Älteren angucken, wir klicken drauf, dann haben wir dementsprechend alle Pets aufgelistet, fliegen die einfach ab, haben das Achievement. Bei den neuen Achievements hat es irgendwie Blizzard geschafft, dass die buggen. Und ihr seht, ich klicke drauf, da besitzt überhaupt nichts, auch wenn ich mir hier anklick. Das ist im Moment noch buggy. Mal gucken, wann Blizzard das fixt. Also es steht leider nicht dran, welche Pets wir brauchen. Findige Leute auf WoW hat haben das schon rausgefunden. Ich werde die jetzt alle nacheinander abfliegen. Und vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen und dementsprechend auch sein Achievement so erspielen. Gut, wir fangen an. Wir sind beim ersten Pad. Und zwar sind wir hier einmal in Draenor im Schattenmontal. Und hier sind wir etwa bei den Koordinaten 38, 17. Und dort haben wir das erste Pad. Und dieses schimpft sich Mond, Panzer, Krabbe. Das tun wir ins Target nehmen und drücken hier quasi unser Liebe-Makro. Hier seht ihr es. Da muss im Chat kommen, ihr lebt Mond, Panzer, Krabbe. Und dann müssten wir das erste jetzt abgeschlossen haben. Dann sind wir am zweiten Spot. Und zwar hier auf der Karte, auf den Koordinaten 38, 36. Und hier befindet sich eine kleine Motte. Und zwar haben wir diese Königsmotte. Drücken wir auch wieder Lieben. Und dann können wir weiter. Weiter, ich zeige es euch nochmal auf der Karte. 38, 36 in etwa. Dann sind wir am dritten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier in dem Fluss, auf den Koordinaten 44, 48. Und dort haben wir dann eine kleine Schlange. Die Mondschlange. Und da drücken wir dann auch wieder unser Makro. Und ja, dann können wir weiterfliegen zum nächsten. Dann sind wir am vierten und letzten Spot hier im Schattenmontal. Ich befinde mich jetzt hier relativ weit unten auf den Koordinaten 48, 82. Und hier haben wir ein kleines Pad, das schimpft sich Moos bis Huscher, dass ich es noch rausbringe. Das lieben wir jetzt auch. Und übrigens, ich setze mir hier gerade die Way-Punkte. Da habe ich die Punkte aus WoW Head mir rausgesucht. Man kann es auch mit TomTom machen, aber das Add-On-Bug bei mir seit einer Weile. Deswegen mache ich das hier quasi manuell. Aber wer das will, ich verlinke euch auch in WoW Head die Kommentare. Da könnt ihr euch dann theoretisch auch die TomTom-Koordinaten rausziehen. Falls ihr die haben wollt. Oder vielleicht, ich kann euch auch theoretisch die direkt verlinken. Dann kommen wir jetzt zum ersten Pad in den Spitzen von Arag. Und zwar sind wir jetzt hier Spitzen von Arag. Und dann sind wir hier unten auf den Koordinaten 62, 53. Und hier läuft ein kleines Pad rum. Das nennt sich Dickichthuscher. Und den lieben wir jetzt auch nochmal. Dann kommen wir zum zweiten Pad in den Spitzen von Arag. Und zwar haben wir hier den Schlammhüpfer. Und der befindet sich hier auf den Koordinaten 38, 27. Beziehungsweise hier im größeren Bereich, wo dieser Sumpf ist. Da hüpft er rum, der Schlammhüpfer. Dann sind wir als nächstes jetzt nach Talador rüber geflogen. Und hier in Talador sind wir jetzt relativ weit unten. Hier auf den Koordinaten 46, 58. Und hier haben wir verschiedene Pads. Einmal haben wir hier auch eine Königsmotte. Also wenn ihr die ja im Schattenbundteil vergessen habt, dann könnt ihr die hier auch holen. Und hier gibt es dann noch ein zweites Pad. Und zwar das, was wir brauchen. Brillante Blutfeder. So, um das mal rausbringen. Das ist unser erstes Pad hier in Talador. Koordinaten, wie gesagt, 46, 85. Dann sind wir am zweiten Spot hier in Talador. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf den Koordinaten 57, 74. Und da haben wir so ein kleines Hippofiech. Das heißt Flachzahnkalb. Das lieben wir jetzt auch nochmal. Ich musste gerade zum Schlammhüpfer zurückfliegen. Übrigens, weil ich den vergessen habe. Ich habe eben euch zwar gezeigt, aber habe ihn nicht geliebt. Ich hoffe, am Ende ploppt auch mein Achievement auf, dass wir aber kein Pad vergessen haben. Dann sind wir jetzt am dritten und letzten Spot hier in Talador. Und zwar auf der ganz anderen Seite. Hier oben bei den Koordinaten 83, 27. Und dort müssen wir hier so einen Sporensegler uns schnappen. Und zwar das ist der hier, der heißt Schattensporensegler. Und den lieben wir jetzt auch einmal. Und dann sind wir in Talador schon fertig und gehen ins nächste Gebiet rüber. So, dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar im Tannernschungel. Und hier relativ mittig auf den Koordinaten 48, 51 brauchen wir das nächste Pad. Und da haben wir diesen kleinen Papagei hier. Blutschnabel schimpft sich. Der, den lieben wir auch noch. Und dann können wir auch schon weiter ins nächste Gebiet. Dann sind wir jetzt in Gorgond. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 54, 67. Und dort müssen wir hier diese Wespe uns noch besorgen. Zwielichtswespe. Und die lieben wir jetzt auch. Übrigens, ihr könnt viele der Pets ja auch fangen, wenn ihr die auspackt und die dann liebt. Das zählt nicht. Also ihr müsst wenn dann die Pet-Battle-Viecher oder die normalen Viecher lieben, die aber in den Zonen rumstehen. Nicht eure Pets. Falls jemand meint, er ist extra smart, das scheint nicht zu funktionieren. So, nur am Rande erwähnt. Dann sind wir am zweiten Punkt in Gorgond. Und zwar hier relativ weit oben bei 42,39. Und dort haben wir eine kleine Echse. Und diese kleine Echse schimpft sich ausgedörte Echse. Die lieben wir auch noch. Und dann können wir auch weiter ins nächste Gebiet. Dann sind wir jetzt hier im nächsten Gebiet. Und zwar dem Frostfeuergrat. Und hier unten haben wir einen Spot. Wir sind nämlich bei den Koordinaten 66, 76. Und dort haben wir zwei Pets, die wir brauchen. Und zwar einmal Frostpelzratte. Die lieben wir zum einen Mal. Und dann haben wir direkt daneben noch das zweite Pet. Und zwar Eis-Stachel-Brütling. Und den lieben wir auch. Und dann sind wir in dem Gebiet tatsächlich auch schon wieder fertig. So, schlussendlich sind wir im letzten Gebiet angekommen. Wir sind nämlich jetzt in Nackrand. Und hier auf den Koordinaten 72,43. Und dort haben wir das letzte Pet, das wir brauchen. Hier unten haben wir es. Und das schimpft sich kümmerliche Lederhaut. Und da drücken wir jetzt mal unser Makro. Und tadaa. Ihr seht, Achievement ist aufgeploppt. Heißt, wir haben alle Pets mitgenommen, die wir brauchen. Ihr habt gesehen, einige Pets, die rumgelaufen sind, brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich nur die, die ich euch gezeigt habe. Und dann gibt es hier ein nettes Achievement. Und hoffentlich fickst Blizzard das irgendwann mal. Und man hat eine Liste drin. Das wird es dann um einiges einfacher machen. So habt ihr jetzt alle Pets mit drin gehabt, die ihr braucht. Und ich werde jetzt als nächstes noch Legion und BFA basteln. Beziehungsweise, wenn das Addon dann live geht, auch Shadowlands. Und bastle euch auch noch kleine Videos. Vielleicht helfen die dann auch noch dem einen oder anderen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich verweise nochmal auf die Infobox. Da werde ich euch den Link von WoW Head reinhauen. Und da könnt ihr euch vielleicht dann auch das TomTom-Makro rausziehen, falls ihr mit TomTom spielt. Und ja, dann verbleiben wir so an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Eutila, bis dann. Ciao.